Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Es ist endlich soweit, Assassin's Creed Unity ist heute erschienen. Ihr wisst ja alle, dass ich ein großer Assassin's Creed Fan bin und ich hoffe mal, dass das das Spiel des Jahres für mich ist. Ich habe mich auf jeden Fall schon sehr gefreut, es heute mit euch zu spielen. Und wir schauen einfach mal rein. Wie immer ist es natürlich inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, aber es ist alles ein fiktiver Zusammenhang. Ein Animus gibt es noch nicht, obwohl ich da wirklich gerne mal selber reinsteigen würde. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch mal werden, eines Tages. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr auch Fans von Assassin's Creed oder ist das eigentlich gar nichts für euch? Bevor ich jetzt aber noch lange rede, gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Ich drücke auf X in 3, 2, 1. Er sucht nach zusätzlichen Inhalten. Ich habe mir die Bastille-Edition geholt. Wenn ihr davon noch ein Unboxing haben wollt, könnt ihr mir Bescheid sagen, dann mache ich das noch für euch. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach drei Jahrzehnten in der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte ihr Spielplatz ist. Das ist dann also das Consumer-Produkt von unserem Animus. Ich kann mir jetzt hier verschiedene Missionen auswählen. Oder was soll das darstellen? Das hier ist natürlich Assassin's Creed 3. Aveline. Ja, wen nehmen wir denn da? Weil wir natürlich die Auswahl haben. Ach, die haben wir gar nicht. Das ist alles noch gesperrt. Das wundert mich jetzt wirklich ein bisschen, wie das Spiel anfängt. Und wenn das erste frei ist, dann spielen wir es. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist, von jenen Hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ich glaube, die anderen waren einfach die Geschichten aus den alten Assassin's Creed-Teilen. So als kleine Hommage wurden die uns jetzt halt nochmal gezeigt. Weil Unity spielt ja nur in Paris, zur Zeit der Französischen Revolution und ausschnittshalber dann auch zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Also zu der Belagerung von den Deutschen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es Ubisoft jetzt schafft, sich auf der neuen Next-Gen zu positionieren mit ihrer Serie. Die wollten ja einige Sachen verändern und wieder mehr zum Ursprung zurück. Mal sehen, wie sie das geschafft haben. Wir spielen übrigens eine Stunde. Wir spielen übrigens eine Stunde. Schon mal geniale Gesichtsanimationen. Ich bin nicht schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Wunder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. König Philipp geht schneller vor, als erwartet. So, und wir können das erste Mal unsere Spielfigur spielen. Die Assassinen sind älter als Masjaf, mein Freund. Die jarnarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszutauschen. Wir erleben den Morden nicht. Doch eilt ihr euch? Retten wir den Ort. Geht zum Turm. Nehmt Schwerpunkten. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Das ist jetzt im Endeffekt so ein kleines Tutorial. Wir werden bestimmt alle Möglichkeiten von dem Spiel gezeigt bekommen. Im eigentlichen Spiel sind wir ja kein Templer. Wer als Templer spielen möchte, sollte sich Assassin's Creed Rogue zulegen. Jetzt haben wir auch schon die erste Besonderheit. Es gibt ja eine neue Steuerung. Es gibt nicht nur mehr einen Knopf, mit dem man klettern kann, sondern einen, mit dem man nach oben und mit einem, den man nach unten klettern kann. Ich frage mich natürlich nur gerade, wo ich hergehen soll. Vielleicht noch höher? Oder möchte man das Tutorial, das an dieser Stelle nicht zeigen? Das kennt man ja auch von den alten Assassin's Creed Teilen, dass man am Anfang immer erst an die Hand genommen wird und die Grundfunktion nochmal gezeigt bekommt. Hier zum Beispiel, wie man klettern kann. Hier zum Beispiel, wie man klettern kann. Ja, geht noch weiter. Das Kampfsystem wurde auch überarbeitet. Wenn man es geschafft hat zu parieren, macht man nicht sofort einen Kill beim Gegner, sondern was war das? Sondern muss erst selber dann auch angreifen. Oder man ergreift natürlich die Initiative und schlägt seinen Gegner nieder. Was ist das? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zu spät Sieben Jahre später Pops Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Geh raus! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelbitter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpinkt, hol mich raus. Okay. Ich hab ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu beforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16B13I87. Ja, ist ganz soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierte Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anrechnen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Es gibt also auch wieder diese kurzen Abschnitte, die in der realen Welt spielen. Allerdings, soweit ich gehört habe, gibt es keine Abschnitte mehr, in denen man dann selber in dieser Welt auch herumlaufen kann oder Sachen machen kann. Zum Beispiel wie im Assassin's Creed 4, wo man dann aus der Ego-Perspektive durch diese Abstergo-Labore gelaufen ist. Das wird es in den neuen Assassin's Creed-Teilen wohl nicht mehr geben. War an den meisten Stellen aber auch immer eine Fleißarbeit und ein bisschen langweilig. Hat zum Beispiel mir nie so gut gefallen. Die Assassinen-Abschnitte waren immer spannender. Arnaud? Da ist unser Charakter. Komm, Vater. Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Danke. Ja, Vater. Ich denke, das Mädel sollen wir verfolgen. Wir sind in Versailles. Grafisch ist es natürlich wirklich atemberaubend, wenn man sich erstmal anguckt, wieviel Details in so einzelnen Texturen stecken, hier zum Beispiel in dem Boden oder auch in den Charaktermodellen. Was ein bisschen schade ist, ich hatte früher auf der Schule nie Französisch, also werde ich viele Dialoge, die so nebenbei laufen werden, nicht verstehen. Hier lernen wir also auch noch ein weiteres Tutorial. Wie ich den Sichtkontakt zum Gegner unterbrechen kann. Leg das sofort weg! Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? So, und als nächstes wird jetzt mit dem Mädchen gesprochen. Halt du! Lass das! Hey! Ich dachte, wir wären für alle da. Okay. Das ist dann schon mal schief gelaufen. Ach, hier gibt es auch wieder diese kleinen Zelte, in denen man sich verstecken kann. Allerdings müssen wir jetzt wieder einen neuen Apfel stehlen. Die! Leg ihn verrückt! Hab ich dich! Ach, Mist! Was ist passiert? Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Jetzt können wir uns auch mal angucken, wie er die letzte Position untersucht und uns gleich wieder vergessen wird. Wenn wir uns jetzt beeilen, geht er nicht zurück zu seiner Position und wir können hier durch. Schnell! Hier entlang! Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise! Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich! Wichtige Geschäfte mit dem König! Was machen wir als nächstes? Hör doch! Keine Bange! Hier drin werden sie uns nie suchen! Es war meine Schuld! Ich hab den Apfel genommen! Mal sehen, wo die hingehen! Wir verlieren sie! Hier drin! Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung für unsere Nation nicht beeinträchtigt! Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher! Elise! Vater? Komm her, Kind! Sofort! Vater? Ist jetzt unser Vater getötet worden, oder was? Warum denn das? Komm mit, Junge! Ja, aber wieso? Arnaud! 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 Sieh mich an! Ich glaube, was da genau passiert ist, das werden wir dann in Zukunft noch erfahren. Das kann doch nicht einfach so der Vater von unserem Protagonisten sterben! 13 Jahre später. Du kannst nicht ehrlich verlieren! nicht gerecht! Dies ist Frankreich! Du bist ein toter Mann! Uh, mach mal halblang! Du tust dir noch weh! Ah! Gerade hab ich noch mit deinem Bruder gesprochen! Igo! Hol die Maréchal! Warte doch mal! Diabel! Ich mach schon, Victor! Oh! Oh! Falsche Taste! Falsche Taste! Ich bring dich auf! Dann ist das einfach so gewohnt, R2 und X zu drücken, wenn man irgendwo durch möchte. Ich mach schon, Victor! Ich mach schon, Victor! Aber wie gesagt, die Steuerung hat sich ja teilweise verändert. Ich mach schon, wenn du wieder nicht mehr schiefst... Ich mach schon, nicht mehr so. Ich mach schon, rückwärts! Was? Wie nee! Ich mach schon, nicht mehr so... Ich mach schon mal! Oder wie wenn wir das Geld verdient sind? So weh! Gefangen. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so viel rede, aber muss ich ja auch erstmal an den neuen Spielelementen gewöhnen. Jetzt müssten die Wachen mich doch so langsam mal vergessen. Perfekt. So, und jetzt haben wir mal kurz Zeit, uns wirklich diese atemberaubende Grafik anzugucken. Die Charaktermodelle. Da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen den Details, die es in den Zwischensequenzen gibt und im Spiel an sich, aber trotzdem, wenn man sich auch Paris von außen anguckt, wie viele Details die einzelnen Häuser haben. Die Menschen, die in den Straßen herumlaufen. Wirklich sehr gut gelöst. Es gibt zwar in der Ferne hin und wieder so kleine Grafikfehler. Wenn Sachen aufploppen oder so, müsst ihr mal genau darauf achten. Allerdings hat Ubisoft auch noch versprochen, dass sie noch einen Patch hinterher schicken werden. Sie haben schon einen Day-One-Patch gemacht. Der ist auch schon installiert. Aber ich denke, dass sie noch etwas mehr die Grafik verbessern können mit dem nächsten. Nichts. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussée auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herum wütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Und wir haben die erste Erinnerung in der ersten Sequenz abgeschlossen. Könnten diese jetzt bewerten. Ich fange mal mit einer 3 an. Das ist halt immer diese Tutorial-Missionen. Müssen nicht unbedingt sein, finde ich. Hier gibt es unseren Fortschrittsbalken. Da steht noch alles bei 0. Das kommt aber noch fortfahren. Was ich euch gerade schon mal am Anfang von dieser Folge sagen wollte. Ich werde heute wieder eine Stunde spielen. Es ist einfach so, dass ich bei speziellen Spielen das immer mache. Ich habe das auch damals bei Watch Dogs gemacht. Und heute jetzt auch bei Unity. Man hört doch dieses Geräusch, dass hier ein Schatz in der Nähe ist. Aber irgendwie bin ich wohl nicht auf der richtigen Ebene. Und wir haben unsere erste Truhe geplündert. Also im Endeffekt ist das bei den Missionen alles das gleiche wie früher. Wurde du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier. Wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certement, Monsieur. Sire, Sire de la Serre, wartet. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Monsieur de la Serre, halt! Ich war in diesen Verfolgungsmissionen noch nie so gut, aber ich hoffe mal, dass es am Anfang noch nicht zu schwer sein wird, der Kutsche zu folgen. Okay, lernen wir das auch noch. Was ist der schnellste Weg? Einfach immer geradeaus. Ich vermute mal, dass diese Anzeigen im späteren Spielverlauf dann nicht mehr angezeigt werden. Das ist eben für die, die vorher vielleicht noch nicht so viel Assassin's Creed Spiele gespielt haben. Die anderen werden das kennen. Bevor ich jetzt synchronisiere, gucke ich mir selber mal eben diesen Spielabschnitt an. Es ist wirklich beeindruckend, wie detailreich die Welt von Unity erstellt wurde. Ich denke, da können wir in den nächsten Jahren von der PlayStation 4 bzw. der Xbox noch viel erwarten. Wenn man sich ansieht, wie damals zum Beispiel auf der Xbox 360 die Spiele 2007 aussahen und vor ein, zwei Jahren aussahen, ist das wirklich noch ein weiter Weg. Und wenn es jetzt schon so grandios ist, wird noch viel Gutes auf uns zukommen. L nach vorne, R2 und Kreis. Und der schöne Sprung. Adlerauge. Das ist auch noch bekannt. So können wir Wachen erkennen. Wir gehen hier einfach mal mitten durch die Gruppe durch. Dann können uns auch die Wachen nicht erkennen. Jetzt, ich hab hier gehört. Man sieht das flechst und Pfeideod informationen. Jetzt kommt uns aus dem Wechsel. Nun ist das nichtej crosstalk. Gegend hier! Verschwindet! Was zum Zweifeln! Und ich darf die Wache natürlich noch nicht töten. Okay. Alle guten Dinge sind drei, bei mir hoffentlich heute nur zwei. Das sind immer so die Hassmissionen von Assassin's Creed, wenn man an irgendwelchen Stellen nicht entdeckt werden darf. So, die Wache geht jetzt hier nach links. Dann werden wir doch da jetzt vorbeikommen. Oder auch nicht. Wenn das jetzt zu lange dauert, schneide ich es für euch zusammen. Aber bei sowas stelle ich mich einfach immer zu blöd an. So, ich kann natürlich auch versuchen, hier rumzugehen. Ich werde doch trotzdem gesehen. Wie bin ich denn da gerade vorbeigekommen? Sowas regt mich dann schon wieder auf. Was bringt so eine Mission? Außer Blödsinn. Ich darf keinen umbringen. Das ist nämlich auch noch eine Besonderhaut bei Unity. Dass man nicht mehr allgemein oder global gesucht wird, sondern immer nur noch von den Feinden, die einen sehen. Ich wurde jetzt schon wieder gesehen, aber ich hoffe mal, wenn ich mich jetzt langsam hier durchbewege, dass mich die eine Wache vergessen oder nicht finden wird. So, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, ohne Alarm auszulösen, hier reinzugehen. Dann werde ich jetzt ja auch hoffentlich zu der Tür kommen. Das ist nicht so toll gelöst. Wenn man nicht wirklich an der richtigen Stelle steht, kann man die Aktion nicht ausüben. Habt ihr ja gerade selber gesehen. Ich habe gedacht, da wäre wieder eine Truhe, die ich looten könnte. Ne, das Adler-Auge bringt mir gerade gar nichts. Sind hier Wachen? Nein. Eine Praxis, die dem Königreich und der Nation eine Quelle des Glücks sein wird. Wo zum Teufel sind sie? Zur Zeit meiner Intronisierung bereits enorm sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges. Also im Moment sehe ich nur die beiden Wachen da vorne, aber nicht den, den ich eigentlich erreichen sollte. Das ist natürlich schon großartig, wie viele Personen dargestellt werden können. Wir gehen jetzt einfach mal diese Treppe hoch. Vielleicht steht er ja auf der anderen Seite. Was denkt ihr, wie lange der noch geht? Aber ich glaube, er nicht. Hier konnte ich jetzt runterspringen, dann konnte ich wieder von vorne anfangen. Und ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet ist. Ach, jetzt bin ich hier hinter. Ich drücke das Adler-Auge und ich finde mein Ziel nicht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rad aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Hacke ihn, Hugo! Ruhig, mein Großer! Mich zu bestehlen hat Folgen! Ich vermute mal, dass das Kampfsystem ein bisschen flotter agiert. Man kann jetzt auch immer so sehr gut angreifen, ohne erst immer auf eine Parade warten zu müssen. Wachen im Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in deren Sichtfeld attackieren oder töten, werden sie sie angreifen. Oder natürlich, wenn sie wissen, dass ich irgendwie Dreck am Stecken habe, wie die schießen auf mich. Wir können ja einfach mal hier hochgehen und uns auf dem Dach verstecken. Und wir haben auch die zweite Erinnerung abgeschlossen. Ich bin gar nicht da. Die hat mir jetzt schon wesentlich besser gefallen als die erste, obwohl ich in diesem Gebäude natürlich erst meine Zielperson nicht gesehen habe, weil er erst das Skript starten musste. Parcours laufen. Das ist nämlich auch ein bisschen vereinfacht worden. Man müsste jetzt einfach nur noch R2 halten und kann dann automatisch ein Parcours laufen oder mit R2 plus X, um dann höher zu laufen. Oder natürlich R2 und Kreis, um nach unten zu laufen. Aber das haben wir natürlich auch schon gerade alles gelernt. Ich frage mich nur gerade, wo ich hin muss. Ah, wenn man auf das Touchpad drückt, bekommt man, wie man das schon kennt, eine Übersicht angezeigt. Dort bin ich. Das sind Truhen, die ich dann plündern könnte. Es gibt Punkte mit Schnellreisen, zu denen ich reisen kann. Das ist alles auch bekannt. Was sind diese F-Häuser? Oder was soll das für ein Buchstabe sein? Doch. Ach, das soll das Franc-Zeichen sein. Weil wir ja dort einkaufen können. Und wir müssen... Hier ist eine Kokade. Da weiß ich gerade gar nicht, was das sein soll. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Wo soll ich denn hin? Ich kann es ja mal eben aufzoomen. Blind ist man manchmal auch. Hier startet die dritte. Erinnerung. Da haben wir uns natürlich wieder einen Wegpunkt gesetzt. Und... Dann laufen wir doch da mal wieder hin. Aber nicht über die Dächer, sondern mal durch die Straßen. Um nochmal zu sehen, wie viele Menschen hier wirklich unterwegs sind. Wenn ich mich richtig erinnere, sind in diesem... Was sage ich? Läuft dieses Spiel mit 900p. 30 Frames pro Sekunde. Es gibt hin und wieder so leichte Einbrechen in der Framerate. Aber... Ich vermute mal, im Spiel an sich, wenn man auf sowas nicht mehr so achtet, wird einen das nicht mehr weiter stören. Das neue Parcours-System gefällt mir richtig gut. Ist vielleicht nicht so gut, wenn man eine Wache oben rempelt. Auch das System, das man angezeigt bekommt, wenn eine Wache einen aus den Augen verliert, finde ich sehr gut gelöst. Vielleicht läuft er ein bisschen komisch mit seinen Armen so weit auseinander. Wir spielen dann noch jetzt die dritte Mission zusammen. Und dann ist dieses Angespielt auch vorbei. Bis jetzt kann ich euch sagen, dass ich wirklich positiv überrascht bin. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée. Zu ihren Ehren. Im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät? Ist spät. Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Er hat ja auch versprochen, dass er den Brief abgeben will. Dann sollte er das auch tun. Und wir nehmen mal eben diese Truhe mit. Spielen sie Nomad Missionen in der App. Ah, es gibt auch wieder eine Companion App. Und dann werden wir diese Truhen öffnen können. Was das mit der App auf sich hat, werde ich dann ja auch noch herausfinden müssen. Ich möchte ja alles von dem Spiel erleben. War auch teuer genug, um ehrlich zu sein. Wie es da, was es damit auf sich hat. Wenn euch das interessiert, müsst ihr mal auf meiner Facebook-Seite in ein, zwei Tagen vorbeischauen. Da werde ich dann meine Erfahrungen mitteilen. Kann ich mich hier hinsetzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier noch rüber gehen? Dass manche Skripte nicht sofort starten, finde ich. Da hätten sie noch ein bisschen was verbessern können. Und so schnell hat man neue Kleider. Was ich aber gerade sagen wollte. Also bis jetzt bin ich sehr positiv von dem Titel überrascht. So viel hatte ich von der Grafik eigentlich nicht erwartet. Bis auf einige Texturen zwischendurch. Es ist wirklich Next Gen. So stelle ich mir Spiele auf der neuen Generation vor. Maximilien Robespierre Kein Gast Arnaud Le Chevalier Du Telem Die Einladung, s'il vous plaît Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg Kein Zutritt Ohne Einladung Und trete zur Seite Nächster bitte Auch das neue Parcours-System gefällt mir richtig gut. So kann man jetzt zumindest immer bestimmen, in welche Richtung, ob man mehr nach oben, nach unten oder einfach gerade ausklettern möchte. Und man muss jetzt auch nicht mehr so aufpassen, ob man irgendwo runterfallen könnte. Das handelt die Spielfigur an sich schon sehr gut. Können ja mal eben gucken, ob wir irgendwo wachen sind. Sind sie natürlich. Und ich wurde sofort entdeckt. Den Palast infiltrieren. Und dafür muss ich irgendwie eine Etage nach oben kommen. Oder soll ich da einfach reingehen? Und wieder das gleiche Problem. Ich hoffe, dass ich langsam mal ein Assassine bin und dann mir einfach den Weg frei kämpfen kann. Hoffentlich gibt es nicht so viele Schleichmissionen im Spiel. Aber das wäre wirklich nervig. Ich weiß auch nicht, warum mich die Wachen jetzt unbedingt erkennen sollten. Es sind so viele tausende Leute. Aber das sind alles wieder so Kleinigkeiten. Die einem das Spiel dann so ein bisschen madig machen. Und natürlich, dass man jetzt anscheinend so oft das Adlerauge benutzen muss. Was ja bis jetzt eigentlich immer nur so ein System war, was man bei speziellen Missionen benutzen musste. Ach, es gibt sogar extra neuerdings einen Knopf, um in Fenster reinsteigen zu können. Schleichsteuerung. Auch wieder was Neues. Mit L2 können wir uns lautlos bewegen. Wenn das gut umgeschlecht, umgeschlecht, umgesetzt ist, macht das bestimmt Spaß. Können uns hinter Gegenständen verstecken. Ich hatte vor, diese Tür zu öffnen. Oh, bitte, jetzt lasst mich doch nicht draußen wieder anfangen. Okay, ich weiß jetzt schon, es wird Situationen in diesem Spiel geben. Da werde ich es verfluchen, den Kontroller an die Wand pfeffern oder woanders hin. Oh. Warum gibt es denn da keinen Checkpoint? Oh. Ich will nichts gesagt haben. Es gibt ihn. Aber dann verstehe ich nicht, warum ich warum ich diese Animation gesehen habe, als wenn ich rausgeworfen werden worden wäre. Ja, mein Lieber, kannst du mal zur Seite gehen? Gut so. Mir fällt schon wieder auf, desto komplizierter die Steuerung ist oder desto mehr ich neu lernen muss, desto schlechter fällt es mir, euch gleichzeitig dann noch irgendwelche Sachen beizubringen oder zu erklären. Auf jeden Fall haben wir gelernt, man kann nicht jede Tür öffnen. Ah, das ist auch interessant. Guckt mal unten auf der Karte. Wenn man in diesem Schleichmodus ist, sieht man die Feinde und wenn man steht, sieht man sie nicht. Ist endlich Schichtwechsel. Hey, was? Muss ich hin? Mein Lieber, ich möchte hier zwischen den beiden Tischen durchgehen. Das ist ja wohl... Warum ist das jetzt nicht möglich gewesen, dass ich mich zwischen diesen beiden Tischen durchquetsche? So breit bin ich doch auch nicht als Arno. Es ist wirklich ein geniales Spiel, aber ich merke schon, es gibt wieder Sachen, wo man sich aufregen kann und das ist dann mehr so eine Hassliebe in diesen Situationen. So, jetzt muss diese liebe Wache wieder nach rechts gehen. Liebes Skript, lass den mal nach rechts laufen. Dankeschön. Dann gehe ich in den nächsten Raum, verstecke mich in der Bank. Ich warte, bis die Wache zum Kamin geht. Gehe in den nächsten Raum Ja, und dann mal sehen, wie ich das lösen kann. Ach, jetzt geht er in die andere Richtung. Ja, toll. Hätte er das nicht gerade tun können. Ähm, ich muss in dieses Raum, in den Raum rein. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Was zum Teufel ist da los? Ja, wo geht's jetzt weiter? Schön. War wohl nicht wichtig. Das sind jetzt schon wieder so Sachen, wo ich mich frage. Ach, das zweite Fenster ist offen. Was bringen so Trial-and-Error-Dinger? Würdest du wieder bitte in die hockende Position gehen? Du da oben! Halt! Komm! Runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Komm her! Ich sehe euch hier im Garten. Ja, ja. Natürlich. Ich muss also jetzt diese Elise finden. Wieder so eine Aufgabe, wo ich, ohne zu wissen, wo ich hin soll, durch die Gegend laufe. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Dabei war sie doch auch ganz hübsch. Ich kann mich im Moment übrigens nicht schneller bewegen. Deshalb gehe ich hier so langsam durch die Reihen. Aber auch hier nochmal die Kerzenleuchter oder die Marmorsäulen. Grafisch das beeindruckendste Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Warum gehe ich, wenn sie läuft? Oh. Okay. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Geh da drin! Oh, weh! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh, nein, 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 nein. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Und ich darf mich wieder durch die Gänge schleichen. Ich würde jetzt gerne die Deckung verlassen. Danke. Ach, und ich kann endlich angreifen. Ja, wie schön. Und unsere erste Plünderung. Wo soll ich überhaupt hin? Das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen schade gelöst. Dass man nicht einfach sich seinen eigenen Weg nach draußen suchen kann. Man muss dem Weg folgen, dem einem das Spiel vorgibt. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Aber was soll man machen? Wenn das der Weg ist, werden wir ihm folgen. Wir haben es ja auch schon geschafft. Und der nächste Tote. Nee, ist klar. Jetzt werden wir da auch noch des Mordes bezichtigt. Aber wir haben jetzt die dritte Erinnerung abgeschlossen. Wie es hier nach weiter geht, werde ich euch in diesem Angespiel jetzt nicht mehr zeigen. Jetzt erzähle ich euch noch ein paar Worte, wie mir das Spiel bis jetzt gefallen hat. Und dann ist das Video auch wieder vorbei. Ich glaube, ich lasse nebenbei den Trailer von dem Spiel laufen, dass ihr noch ein paar mehr Eindrücke seht. Und auch, wie ich dann später als Assassine durch die Gegend laufe, das ist ja jetzt in den ersten Missionen noch nicht so rübergekommen. Wird wahrscheinlich auch in der ersten Sequenz noch gar nicht der Fall sein. Also, wie ich ja schon im Spiel gesagt habe, hat mir das grafisch sehr gut gefallen. Wenn wir uns bei Arnaud die Kleidung angucken, welcher Detailgrad es da gibt, das ist wirklich beeindruckend. Auch die Gebäude oder Paris an sich ist sehr detailverliebt modelliert. Es gibt hin und wieder, haben wir jetzt an einigen Stellen gesehen, leichte Ruckler im Spiel, aber damit muss man leben. Es ist eben ein wirklich schönes Spiel und die ganzen Entwickler müssen ja auch erstmal lernen, wie sie die Next-Gen-Konsolen richtig ausreizen können. Aber wie gesagt, Ubisoft möchte ja auch einen Patch noch nachliefern, einen zweiten, der dann auch diese Probleme ausbessern soll. Ob das dann der Fall sein wird, werde ich euch auch auf Facebook sagen. Genauso wie ich euch da sagen werde, wie diese Companion-App funktioniert, ob die das Spiel wirklich bereichert oder auch nicht. Um solche Informationen zu bekommen, das werde ich dann nicht immer in Video packen. Das schreibe ich dann einfach auf meiner Fan-Seite bzw. einfach auf meiner Facebook-Seite. Fan ist wieder so ein Wort, was ich gar nicht benutzen möchte. Den Link dazu findet ihr wie unter allen meinen Videos unten in der Videobeschreibung. Und storytechnisch, also wir spielen ja diesen Arno, der am Anfang seinen Vater verloren hat und jetzt hin und wieder mit dem Gesetz so ein bisschen in Konflikt gerät. Die Elise, die wir in der ersten Szene kennengelernt haben als Mädchen, ist jetzt unsere Geliebte. Es gibt ja dieses typische Klassensystem, wie es früher in Frankreich war, deshalb ist unsere Liebe wohl verboten. Was es damit weiter auf sich hat, werden wir alles noch erfahren. Aber ich bin neugierig auf die Story. Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Probleme bis jetzt sehe ich in der Schleichmechanik, wenn man da von Deckung zu Decke hüpfen möchte, gibt es schon mal so kleine Abfragenprobleme, dass der dann nicht das macht, was ich machen möchte. Oder wie an dieser einen Stelle, wo ich zwischen den beiden Tischen durch wollte und das Spiel sieht diesen Weg einfach nicht, weil das nicht vorgesehen ist. Keine Ahnung, warum das jetzt da der Fall war. Auf der anderen Seite gefällt mir aber die neue Parcours-Dynamik richtig gut, dass man nach oben und nach unten klettern kann. Man muss nicht mehr so genau darauf achten, ob es wirklich einen Weg nach unten gibt. Wenn es den nicht gibt, dann läuft Arno ihn einfach nicht. Zumindest haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft abzustürzen. Ich finde, dass die Steuerung auch direkter funktioniert. Man hat mehr Kontrolle über seinen Charakter. Also bis jetzt eher alles positiv. Zum Kampfsystem vielleicht noch. Es ist auf jeden Fall schneller. Man kann jetzt nicht diese Konter setzen, sondern nur parieren und muss dann selber agieren und angreifen. Das Ausweichen funktioniert aber jetzt viel besser als in den Vorgängerteilen, finde ich zumindest. Allerdings muss ich sagen, dass es glaube ich auch trotzdem noch einfacher ist. Zumindest jetzt am Anfang. Weil man eben einfach auch sofort angreifen kann und auf die Gegner einprügeln kann praktisch. Ob sich das bei späteren Gegnern, wenn die auch stärker werden, noch ändern wird, werden wir dann sehen. Aber ich möchte natürlich auch bei Assassin's Creed so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich so die Macht habe als Assassine. Und deshalb ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn das Kampfsystem nicht so schwer gelöst wurde. Abschließend kann ich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil es ja so manche kleinere Problemchen gibt in dem Teil. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall werde ich das Spiel natürlich weiterspielen und euch auch auf dem Laufenden halten. Vielleicht mache ich auch noch so einen Part, in dem ich euch die Nebenmissionen vorstelle von dem Spiel. Da haben wir bis jetzt noch gar nichts von gesehen. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, dann mache ich das gerne für euch. Oder auch, wie gesagt, ich habe mir die Bastille-Edition geholt. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie sie so ausgestattet ist, also welcher Inhalt dabei ist, dann mache ich für euch gerne auch noch ein Unboxing. Dann schreibt mir das bitte auch einfach unten in die Kommentare. Und sonst kann ich sagen, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr. Oder natürlich mir den Daumen nach oben gebt oder mein Video teilt, damit auch andere Leute mehr von mir erfahren oder beziehungsweise überhaupt von mir erfahren und dann vielleicht auch mal auf meine Videos aufmerksam werden. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Man sieht sich.